Ach du Scheisse, das sieht schlecht aus. Momo, bitte. Wie hässlich. Soll ein Ort bitte sein. Überall gibt es hier Roboter. Die zerstört sind. Okay, da kann ich nicht weiter, schade. Vielleicht gibt es da hinten irgendwas. Ohne noch nicht! Ohne noch nicht! Ohne noch nicht! Alter! Oder wir mussten hier durch sogar vielleicht. Gut, das war knapp. Vielleicht muss man sogar hier durch. Oder es gibt bloß ne Erinnerung. Schwierig zu sagen. Die Kanalisation. Ja, jetzt erinnere ich mich, sauberes Wasser war rar. Die Stadt wurde von riesigen Maschinen versorgt, die sich tief in die Erde gründen. Wie alles andere auch, wurde es rationiert, um die Menschen in Zeiten der Türe zu versorgen. Die Wissenschaftler zeigte mir den Bauplan für die Wassertanze. Sie sind gigantisch und könnten ein ganzes Gebäude fassen. Okay, nee, weiter geht es hier nicht. Es war also bloß wegen der Erinnerung. Aber gut, haben wir die gefunden. Auch wenn es ziemlich knapp war mit den Dingen hier. Riesen Zurgs. Die überall auf uns warten. Darunter geht es nicht. Es muss hier ziemlich warm sein. So wie es aussieht. Ich dachte schon, dass er wohl reisst wieder ab. Okay. Wahrscheinlich kann man sich nicht durchschleichen. Oh du. ganz leise wenn ich die hier alle aufwege habe ich einen riesen ok wenn ich den Schalter betätige habe ich noch ein grösseres Problem ich glaube das macht ziemlich krach daher wäre es besser gezielt die Dinger hier weg zu wegzubringen shitty McTitty Junge, 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 Junge schüt 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 ich glaube ich habe nachher gleich ein riesiges Problem wenn ich hier den Schalter betätige weil das wahrscheinlich ziemlich laut ist shit ne 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 kommt schon weg mit euch weg mit euch weg mit euch weg mit euch alright fast haben wir es geschafft Waren das alle? Junge, Junge, Junge. Okay. Yes. Das wird ziemlich laut gewesen. Shit. Okay, da geht's gar nicht lang. Warte, irgendeine Erinnerung oder sonst was? Nee. Moin! Okay. Nee. Das sind fucking Augen. Boah! Okay. Okay. Schreckliches! Ich glaube, ich muss rennen. Ich muss einfach durchrennen. Das bringt nix. Das bringt absolut gar nix. Ich bin. 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 Wo lange? Junge, 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 Junge! Diese Viecher sind schrecklich! Wie die Pest! Da ist eine Erinnerung, das heisst hier geht's nicht weiter. Was war das denn? Diese Augen! Diese Substanz wächst überall dort, wo es zurückgeht. Daraus besteht sie. Sie scheint zu pulsieren, als wäre sie lebendig. Glaubst du, wir befinden uns in einem riesigen Organismus? Es ist mir gefriert, gerade der Bildschirm. Es ist mir gefriert, gerade der Bildschirm. Junge, Junge, Junge. Alter! Ja, kann gut sein, dass wir hier irgendwie in einem riesigen Vieh drin leben. I don't know. Aber irgendwas. Was muss hier passiert sein, damit die ganzen Zugs hier leben. Und es hört halt nicht auf. Okay, schlechte Idee. Ich weiss, es geht wahrscheinlich dort weiter, aber ich möchte mich ganz kurz umschauen. Auch wenn es nicht so schlau rüberkommt. Das machen zu wollen. Tüschloss öffnen. Tüschloss öffnen. Ich würde gleich ein riesiges Problem haben. Ich sehe. Ich muss auf die andere Seite rüber. Junge, Junge. Junge, Junge. Oh no, ich hatte noch eins auf mich. Was passiert dann eigentlich? Wollen die mich alle fressen? Alter. Das ist schrecklich. Okay, das Türschloss öffnen. Das ist jetzt gerade ein schwieriges Level hier. Ich glaube, es ist schlauer, die Dinge, die hier bestehen, einfach vorher schon zu rösen. Okay. Man sollte vielleicht den Überblick behalten, wie lange das Teil hier... Oder dann sind die zumindest schon mal weg. Das sind halt echt viele Dinger. Shit. Haben wir die zumindest schon mal aus dem Weg geräumt? Was? Was? Das war's für heute. All right. Irgendwie desto fetter die Dinge sind, desto schwieriger ist es, sie loszuwerden. Zumindest haben wir eben jetzt schon mal die aus dem Weg geräumt. Heißt zwar, dass die anderen nachbekommen können, aber nicht allzu viele. Du öffnest das Scheissschloss. Bye-bye! Bis auf nie mehr Wiedersehen. Das war's halt immer noch nicht. Alter! Ach du Scheisse! Ist das ein riesiges Auge? Wir haben ein Problem. Fuck. Warstas? Mit B12? Ähm... We have a big problem! Junge! Junge, Junge, Junge! Alter! Das ist so schlimm! Oh, es hört einfach nicht auf! Das hört nicht auf! War das hier falsch? Das war das... Okay, 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 okay. Come on! Come on! Let's go! No! Holy moly! Huh... Kwee!